was geht ab leute zurück zu der last guardian so wir sind jetzt hier die treppe hoch und jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen um hier scheint sie wieder art käfig zu sein ok kette dran was ist das hier hier geht es bloß runter ich glaube das ist die unterseite da wo vorher in einem käfig gefangen waren ok was ist hier gar nichts schauen wir uns erst noch ein bisschen um hier nicht dass wir uns nicht irgendwas übersehen hier scheint aber weiter nichts zu sein dann nehmen wir uns mal das fass hier und bringen diesen trigger und dann hoffe ich mal dass er durch den großen bogen da springt also den ins freie hinaus komm frischen na komm komm auf sie doch So, komm! Komm! Geh, oder? Nein, 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 nein! Nicht, dass passiert, was ich jetzt denke, oder? Uuhh! Oh, ich seh hier gar nix! Du willst gar nicht Fass runterrollen hier! So, jetzt komm her, friss, komm! Na komm! Mmmh, lecker, lecker! So, okay! Dann würd ich sagen, spring da oben rein! Komm! Da hoch, komm! Komm! Du sollst da hoch springen, Mensch! Machst du den? Jetzt, los! Komm! Jetzt, los, komm! Spring hoch jetzt, komm! Komm! Jetzt, komm! Spring! Geh, doch! Okay! Okay! Wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt gehen wir mal runter von ihm! Dann schauen wir mal, wo sie weitergeht! Okay! Trico! Wo müssen wir hin? Da geht's entlang! What? Was denn los? Siehst du hier irgendwas, oder wie? Siehst du hier irgendwas, oder wie? Ich glaube, er ist zu weit! Ich glaube, er ist zu weit! Das, glaube ich, ist zu weit! Das geht! Er mag gar nichts machen jetzt! Jetzt bin ich einfach weg! Da hinten, weiter gehen! Kann man da weiter gehen? Irgendwas schnuppelt da! Gehen wir da, Leder. Gehen wir da lang, komm. Okay. Ah, okay, da kann er hoch. Da kann es noch hoch, komm. Okay, jetzt sind wir hier. Ich mache das selber. Brauche ich gar nichts tun. Genau, da hoch. Optimal und jump. Okay. Ich würde überspringen, bitte. Okay, da sind Kletterpunkte für mich, habe ich gerade gesehen. Okay, ich sehe schon. Gehen wir mal hier runter. Hm, jetzt ist das schlecht hier. Uah. Uah. Okay. Hangen wir uns hier mal entlang? So, jetzt darf ich mal, dass ich hier nicht runterfalle. Und rennen und jumpen, komm. Okay. So. Okay. Läuft, würde ich sagen. Und hoch, komm. Sehr gut. Ich werde wahrscheinlich irgendwie schauen müssen, dass wir das Tor aufkriegen. Okay, runter. Runter. Okay. So, okay. Komm, 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 komm. So, hier ist Efeu. Warte mal, ich gehe jetzt erstmal hier runter. Wenn er da runter will. Ja, komm, komm, runter, komm. Okay. Geht's da dann hoch? Nee. Da geht's nicht weiter. Ist okay. Okay. Schauen wir uns erstmal hier um. Hier war man doch schon, oder? Kann das sein? Oh, das sieht fast genauso aus. Okay. Ich denke immer nicht, dass er jetzt hier herkommen kann. Aber es wird bestimmt hier irgendwo weitergehen. Schauen wir uns einfach mal. Okay. Du hast da Hebo. Und hier geht's weiter. Trico ist wieder da. Und hier geht's weiter. Oh, nee, oder? Okay. Schauen wir langsam nicht, dass da irgendwelche Wachen sind oder irgendein anderer Schmarrn wieder. Gucken, 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 gucken. Also irgendwas um der Ecke steht. Hier scheint nix zu sein. Hier scheint nix zu sein. Aber ein Trico denke ich mir, wenn der jetzt hier reinkommt. Ach du Scheiße. Warte mal, wenn das Ding hier runterfährt. Steht mir da ja nicht rein. Ich werde sterben, wenn ich hier runtergehe. Die können wir ja nicht mehr hochgehen, oder? Scheiße, ich probier's das einfach. Können wir rüberhangeln irgendwie, dass der... Obwohl, ich glaub, dass die erst kommen, wenn man das Licht da aktiviert, oder? Scheiße. Okay. Oh, nee, ich bin schon wieder her. What the fuck? Oh, nee, ich bin schon wieder her. Oh, jetzt sind wir wieder böse. Oh, nee, ich bin schon wieder. 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 Oh, oh, oh. 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 Wo die Goldau? Nige! Oh, oh, oh! Okay. Das ist eine Art Dämon anscheinend. Das ist eine Art Dämon. Das wird bestimmt sein Nest zurückfliegen, also da wo wir jetzt gerade bei dem Plan auch sind. Wir kriegen irgendwelche Signale, auf jeden Fall. Na genau, ich denke das wird das Nest sein, wo wir gerade sind. Das ist eine Art Dämon. Das ist eine Art Dämon. Okay. 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 Fall. 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 Das ist schon irgendwie cool gemacht. Also das weiß ich nicht so die Atmosphäre aufbauen. Mit der Verbindung zwischen dem Jungen und dem riesen Tier. Schon cool gemacht. Oh, 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 oh. Wo geht der Netz hin? Wasser, ich brauche Wasser. Ja, ich bin wieder da. Oh, da freut sich aber jemand. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir in den Raum zurück. Oh, da rausgenommen, wo ich langen muss. Hier. Ja, genau. Aber hier muss es ja anscheinend irgendwie weitergehen. Mit dem blöden Käfig da. Guck mal, die blöden Wachen sind jetzt da weg. Okay, sind down. Ich glaube, wir müssen nämlich da oben hoch. Das habe ich nämlich vorher schon gesehen gehabt. Come here. Come here. Thronekler. Thronekler! Und komm her. Scheint vieles blaues Ding ist nix mehr. So. Okay. Da will ich hoch. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Da hoch. Da kommen wir nicht raus. Da kommen wir nicht raus. Da hoch. Komm. Wait a look. What good? I look. I look. Okay. Dankeschön. Okay, da ist auf jeden Fall ein Schalter. So, gehen wir mal hier runter. Keine Wacken hier sind. Okay, schaut auf jeden Fall nicht so aus. Komm, Terrico. Okay, hier scheint auch wieder eine Art Rätsel zu sein. Haufen Minenschächter auf jeden Fall. Schauen wir uns erstmal hier um. Trico ist schon da? Yep, Trico ist da. Okay, sehr gut. Okay, hier ist nüscht. Okay. Okay, geht's nicht weiter. Gehen wir da durch. Hier kommt er niemals rein. Hier kommt er niemals rein. Oh, okay. 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 So, dann gehen wir hier unten durch. Hup. Runter. Kameraführung wieder mal komplett schlecht. Okay. Okay, können wir hier aufmachen? Dann müsste ja normalerweise hier durchkommen. Dann gehen wir mal da hinten hin. Hier geht's anscheinend raus. Okay. Okay, ist das hier? der ist auf jeden fall wieder runter aber er ist eh schon da machen wir das auf dass er hier durchkommt meine fresse Komplett eingekrutscht. Okay. Ich kann sich die Kamera überhaupt nicht bewegen. Wir sind hier Tricky bewusstlos, oder was? Ich kann sich die Kamera auch nicht bewegen. Ich kann sich die Kamera auch nicht bewegen. Warte, schau. Sprüke, komm, wach auf. Okay, dann scheint... ...wacht jetzt nicht auf. Wo bin ich denn jetzt? Okay, aber da müsste ich eigentlich hochkommen. Okay. Erst schauen. Nicht, dass hier noch eine böse Überraschung kommt. Okay. Was sind denn das immer für Türen? Was ist denn das immer für Türen? Wenn ihr das vielleicht wisst, ob man die vielleicht irgendwie aufmachen können, würde ich mich freuen. Schreibt einfach mal in die Kommentare rein. Ich habe keinen Plan. Oder ist es nur zu Zierde da oder so? Boah. Super. Der ist bewusstlos. Oh mein Gott. Oh, warte mal. Vielleicht kann ich da irgendwie hinten wieder hoch. Okay. Bist du wieder da? Trico. Komm. Schnappst du dir. Yo, baby. Yo, baby. Kommt dieser noch einmal her? Kann man den hier mal umschmeißen. Wichtig, glaube ich, sind die Speerträger auf jeden Fall. Yo, baby. Yo, baby. Jetzt ruhe hier im Puff. So. Ist noch einer da. Wann kommen denn die her? Sag mal. Wann ist schon wieder einer? Wollen wir mal schauen, ob da noch einer aufsteht? Na klar, da steht einer auf. Okay, glaube ich muss es gewesen sein. Okay, glaube ich muss es gewesen sein. So, also. Ich bin schon tot jetzt. Äh, hast du Speere? Komm ruhig. Nee, sieht nicht so aus, als ob da irgendwelche Speere rennen sollte. Nee, ruhig. Ich bin schon tot. Geh, schweb. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. lol warum fahre ich da einfach runter ok Leute ich würde sagen wie ist dann weiter ich schauen wir uns in der nächsten Folge an bleibt dran es ist auf jeden Fall spannend also es wird immer spannender das Spiel wenn es euch ein bisschen gefallen hat würde ich natürlich immer einen Daumen nach oben freuen oder auch ein Abo es kostet auch nichts Leute wenn ihr mir ein Abo gebt im Gegenteil ihr bekommt Unterhaltung ok mit dem Stichwort würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Servus euer Andi